Hallo, willkommen, recht herzlich willkommen zum nächsten Trailer am 17.08.2020. Mein Ansinn war es ja ursprünglich gewesen, euch ein bisschen Landau vorzustellen. Das muss aber im Moment warten, weil hier da waren so viele wichtige Sachen reinkommen. Landau gibt es auch noch in ein paar Tagen. Also da wird es noch was geben, versprochen, aber das ist mal hier wichtiger. Und ich bitte euch auf jeden Fall, dieses Video dann im Hauptfilm zu betrachten. Wir haben zumindest den allerersten Beitrag. Es ist ein Mira von der Miriam Hobe über diese weltweite Pandemie, wie man es jetzt auch nennen mag, was da für Gelder angeboten wurden. Also das ist noch nicht hier öffentlich bestätigt und noch nicht bewahrheitet, aber das lege ich euch ans Herz. Könnt ihr dann schauen, ich konnte es jetzt hier nicht mehr in das Bild mit einbauen, weil das war dann schon produziert. Ich bin dann später erst drauf gestoßen. Egal, schaut es euch dann an bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei WIC News TV anschauen. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Und ja, dann vielleicht bis gleich. Tschüss.